Captain Noah wurde beauftragt, die Tiere aus dem London Zoo in ihre natürlichen Lebensräume zurückzubringen. Welche Zoo Animals, Tiere aus dem Zoo, hat Noah eigentlich so dabei? Ah, einen Eisbär, a polar bear. Außerdem eine Robbe, a seal. Polar bears and seals live at the North Pole. Eisbären und Robben leben am Nordpol. Vorsicht! Es ist verlockend, aber Eisbär solltest du niemals mit Eisbär übersetzen. Seal, Robbe, kannst du dir ganz einfach merken. Seals swim in the sea. Robben schwimmen im Meer. Vom Nordpol fährt Noah weiter nach Afrika. Mit an Bord ist ein Löwe. A lion. Außerdem auch ein Elefant. An elephant. Lions and elephants live in the savannah of Africa. Löwen und Elefanten leben in der Savanne Afrikas. Vorsicht! Elephant und Elefant werden zwar fast gleich ausgesprochen, allerdings schreibt man das englische Elephant immer mit PH. Zwei weitere Tiere kann Noah hier absetzen. Eine Giraffe, a giraffe und ein Zebra, a zebra. Giraffes and zebras live in the steppe of Africa. Giraffen und Zebras leben in der steppe Afrikas. Am Nil geht ein weiterer Passagier von Bord. Ein Krokodil, a crocodile. Crocodiles live in water and on land. Krokodile leben im Wasser und an Land. Noahs nächster Stopp, Asien. Hier darf ein Tier aussteigen. Ein Tiger. A tiger. Tigers live in the tropical rainforests of Asia. Tiger leben im tropischen Regenwald Asiens. Über den Indischen Ozean und den Pazifik steuert Noah weiter Richtung Südamerika. Unterwegs verlässt ihn ein Delfin. A dolphin. Dolphins live in the ocean. Delfine leben im Ozean. Endlich ist Noah in Brasilien angekommen. Hier gehen zwei Tiere an Land. Ein Papageien und Affen leben im Dschungel Brasiliens. Noah geht nochmal durch, welche Zootiere er in die Freiheit entlassen hat. Delfin. Polar bear. Eisbär. Seal. Robbe. Lion. Löwe. Elephant. Elefant. Giraffe. Giraffe. Zebra. Zebra Crocodile Krokodil Tiger Teger Dolphin Delfin Parrot Papagei Monkey Affe